Da, da, da. Da seht ihr immer nichts, aber das ist nicht so schlimm. Ich denk dran, wenn, wenn mal ne neue Zwischensequenz kommt, dann denk ich dran. Okay, so, Spielladen. Wir sind in einem neuen Level, die Katakomnen des Talion. So, hier sind gleich wieder Eiszapfen, die uns töten wollen. Gucken, ob die uns töten, wenn ich nur lauf und nicht stehen bleibe. Ja. Ach ja. Wir haben es alle vermisst. Gibt nen geilen Kartoffelsalat. Nice. Erstmal wieder dran gewöhnen. Ich glaub gar nicht, wie das ist, dieses dran gewöhnen. Man braucht so nen kurzen Moment, bis das hier wieder ein No-Death-Run wird, ja. Genau. Ich kann den No-Death-Run erst immer noch einer kurzen Zeit ausrufen. Das sieht so ein bisschen nach einer Falle aus, aber ich sehe keinen Grund, warum das zur Falle werden sollte. Aha. Hervorragend. Oh, hoch da. Ja. Hm, 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 hm. Ja, dann müssen wir wieder... Oh, na hier. Kategorie. Ah, schon mal vergessen. Moment. Angel mich noch in die Freiheit. Ich hab doch Camp-Tracement so gewollt, yep. Ähm, so. Nun. Dort entlang... Hm. Schwierig. Okay. Also entweder rutschen wir dort die Schräge runter und springen da rüber. Weil das sehr weit ist. Oder wir versuchen die Leiter. Wir versuchen erstmal die Leiter, würde ich sagen. Aber wir speichern vorher. Okay. Wir speichern vorher, weil das wird ein Sprung der... Ja. Oder kann ich vielleicht direkt daran? Nee, da will sie sich nicht festhalten. Das klappt doch niemals. Ich werde sterben. Doch nicht. Ja. Da unten wartet der Tod. Also ich muss... Ich lasse mich fallen und mach ein Rückwärtssalto und das schießen. Das war okay, würde ich sagen. Was ist das hier dunkel? Fackel an. Eigentlich mal vor mir nicht zu kommen. Supi. Wir könnten dort hoch. Aber hier unten ist glaube ich sowieso zu. Hier unten ist zu, aber es gibt einen Hebel. Und oben ging auf, aber es kam auch ein Tiger uns entgegen. Den werden wir aber nicht sehen von hier. Ein Tiger. Guck mal Licht an hier. Wo können wir lang? Hier unten ist nix, richtig? Ich muss oben lang. Aber wo genau? Muss ich wieder hochklittern? Ah ne hier. Ich muss doch hoch. Ich muss diesen Sprung machen von der Schräge aus. Jetzt wo der auf ist, oben. Der Fruchttiger. Gibt es Fruchttiger noch? Ja, gibt es noch. Schon lange nicht mehr konsumiert. Nein. Ich habe überlebt. Alles safe, Leute. Alles safe. Alles safe. Alles safe. So. So. Die Kurve ist zu steil. Okay. So. Speichern. Also wir schlittern runter und im letzten Moment springen wir ab. Das ist aber sehr knapp. Sehr knapp. Sehr knapp. So. Guck mal. Wir kriegen gar keinen tödlichen Schaden. Auf jeden Fall. Ich bin gerade überlegen, ob ich No Death Run ausrufe. Aber da muss ich... Ich wüsste dann gerade keine... Ich wüsste nicht, was wir da machen wollen. Oh Mann! Oh! Oh! Ich stand hier. Wenn man ganz langsam geht, dann passiert einem nichts. Ja, länger machen geht nicht. Heute. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Früher machen. Morgen eine Stunde immer früher machen. Aber ich fange ja sowieso einfach früher an. Das ist ja auch irgendwie witzlos. Wir müssen uns dann mal irgendwann was überlegen. Aber ich finde das schwierig, mir da was zu überlegen. Komm da mal auf nichts Gescheites. Ich werde mir nicht die Haare rasieren oder sowas. Oder vergessen. Ich könnte aufhören, meine Kamera ungewünscht zu ändern. Okay. Aha. Jetzt den Titel noch ändern. Game stimmt. Ach so. Hm. Oh. Aha. Moment. Mir muss ein Adjektiv mit L einfallen. Leidenschaftlich. Leidenschaftliche Lara. Das ist doof. Die lukrative Lara. Die launenhafte Lara. Die lustvolle. Die lodernde. Die labile. Die legendäre. Die lauchige. Die läppsche. Die lallende. Die lullende. Die lullende. Die lullende. Wow. Wow. Die leidende. Äh. Maurice mit der leidenden Lara. Okay. Kommen wir da hoch? Vielleicht. Oh. Hier ist gefährlich. Das merken wir uns, wenn wir da irgendwann mal sind. Da bricht der Boden ein, dann landen wir auf Zacken. Das heißt, wir müssen da schnell an die Leiter. Wahrscheinlich uns hängen. Und hier ging es hoch. Okay. Da gehen wir gleich hoch. Erst gucke ich mir noch um. Es gibt hier noch einen Gang. Ja. Medikit. Aha. Die leiden der jungen Lara. Finde ich auch gut. So. Dann gucken wir noch an den Tümpel. Da ist aber leer, ne? Da ist nix. Da ist nur blaues Wasser. Und was macht es? Okay. Wir machen hier den Sprung. Das leuchtet blau. Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen leuchten tut es schon, ne? Das strahlt ja förmlich. Das strahlt ja. Hier wartet die Herausforderung, die wir gesehen haben. Wir laufen nach vorne und halten uns direkt an der Leiter fest. Gut funktioniert würde ich sagen. Ich vermute, nicht zu hoch und dann rückwärts springen. Geht das? Oha. Oha. Ich hab doch alle Knöpfe gedrückt, aber zu langsam. Wo muss ich denn hin? Nach oben? Ja, wahrscheinlich. Ich muss mich oben festhalten. Na man, wenn, wenn sie, wenn sie wieder springt und dann gegen die Leiter so, ö ö ö ö ö macht, dann kann sie sich nicht festhalten. Ich muss, ich glaube, ich muss einen Schritt zurück machen und dann erst wieder springen. Sonst verhält sie sich nicht fest. Oh oh. Kein Problem. Noch rollen die gar nicht. Ich hatte Angst, dass die auf mich zurollen. Tun die aber gar nicht. Okay. Aber wie bekomme ich die denn weg? Na sowas geht nicht. Gucken wir uns das mal von unten an. Gucken wir uns das mal von unten an. Ich habe noch was dazu gelernt. Wenn man sich fallen lässt, um wieder festzuhalten, was man ja immer macht bei der Leiter, dann geht das ab einer bestimmten Höhe nicht mehr, weil sie bereits in der Sterbefallanimation ist. Okay. Wenn ich dorthin gehe, rollen die Schneebälle los. Ich habe Sprung gedrückt, aber sie wollte nicht springen. Es sieht immer alles viel dämlicher aus, als ich es mache. Das Spiel kann ja nur dumm aussehen. Vielleicht sollte ich irgendwie einblenden, so ein Tool, welche Tasten ich drücke. Da würde ich nicht ganz so dämlich aussehen. Okay, aber wenn das so ist, dann machen wir das so. Okay, war aber das nicht geplant, aber ist okay. Ich wollte mich eigentlich an der Kante festhalten. Aber eigentlich war aber wahrscheinlich geplant. Ah, das Spiel wollte eigentlich, dass man das hier macht. Man läuft hier so, dann macht man den und dann macht man so. Das wollte das Spiel, glaube ich. Und jetzt müssen wir von der anderen Seite kommen. Nee, rückwärts hoch. Du meinst so. Stimmt, das geht auch. Ist ein bisschen einfacher, ne? Tearing-Effekt über Moris Mund. Meinst du, dass eine Bildzeile fehlt? Dann gib mal Ausrufezeichen Bug ein. Du benutzt bestimmt Chrome. Und hast die Hardware-Beschleunigung aus. Das ist ein Fehler in der Chrome-Browser. Ja genau, der Effekt besteht mindestens seit Januar. Da habe ich ihn das erste Mal beobachtet. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich der Einzige bin im Internet, der diesen Bug kennt. Also damals zumindest habe ich niemand anderen nirgendwo Berichte über diesen Bug gefunden. Konnte ihn nur auf verschiedenen Geräten reproduzieren. Warum ist der wohl wahrscheinlich auch nicht gefixt? Weil den irgendwie viel zu wenig Leute kennen oder reporten oder was weiß ich. Okay, jetzt haben wir das. Das Wasser ist weg. Oh, Christ. Okay, wir gehen da mal langsam runter. Okay, das ist doch wichtig. Okay, dann gehen wir das anrufen. Uiuiui Kein Problem, so und da stecken wir jetzt die Maske rein oder was auch immer das ist Ich hätte mir erst angucken sollen, was wir hier bekommen Hatte ich Angst, dass das hier einfach ein Abgrund ist Hey Die Finsternis, ne, halber Keller Ey, als Kind hatte ich so einen Schiff vor dem Keller, ne Ich war, ich hatte, also das war so ein richtiger Angstort für mich Ich hatte es gehasst, also mein Vater, der ist so ein bisschen, der heimwerkt immer so ein bisschen Und der hat häufig zu mir gesagt, Maurice hol mir mal irgendwie, keine Ahnung, das und das aus dem Keller, was ich Schleifpapier oder das und das Werkzeug oder so Und dann musste ich da alleine runter, neben dir nicht Und das, ich mochte das überhaupt nicht, aber ich habe nie was gesagt, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich Angst davor habe Also er hat das nicht gemacht, um mich zu quälen oder so, sondern er wusste das einfach nicht, weil ich das verschwiegen habe Was mir selber peinlich war, davor Angst zu haben, schon das Kind Und jetzt bin ich ein Kellerkind, ja Aber heutzutage macht mir das gar nichts mehr aus Aber diese Dunkelheit und das Ungewisse kombiniert damit, dass da auch irgendwie Spinnen sind, weil Spinnen mag ich auch überhaupt nicht Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich irgendwie eine Phobie habe oder so, aber es macht es bei mir, wenn ich die sehe Vielleicht reicht das auch schon aus, keine Ahnung, ich glaube nicht Aber das war, also das ist bei weitem nicht mein Lieblingsort, auch heute noch nicht Aha Also ich mag auch keine Spinnen anfassen Also ihr kennt doch bestimmt diese ganz, diese vermeintlich harmlosen Diese Weberknechte oder wie die heißen Ich mag die nicht anfassen Schaudert mich Die dicken sowieso, aber auch die kleinen, dünnen Ja die können mir ja in der Regel nix, das ist ja schon klar Aber weiß nicht Irrational Irrational Okay Und ich will nicht so sein Aber ich bin so Hm Wo muss ich hin? Ist da hinten doch was? Hier ist nix Ah Ja, 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 ja Komme ich da hoch? So hoch kann ich doch nicht springen Ne, so komme ich nicht Ja, die meisten sind glaube ich für uns ungefährlich in Deutschland Ich bin mir da zwar nie so hundertprozentig sicher Der Erstkontakt mit der eingeschleppten giftigen Art, der lauert immer um die Ecke Aber Die meisten sind ungefähr Kommen wir denn hier so Da vielleicht hoch Oder warte mal Komme ich von da? Ne ich komme nicht von da, ich komme von da Hier hoch Wie sie einfach nicht springen will Hm Das sieht Also es sieht so aus, als soll das nicht so Aber vielleicht schaffe ich es trotzdem Okay, ich habe es trotzdem geschafft Die Frage ist, wenn das nicht so soll, was ist es dann, ne? Weil es gibt halt keinen dann, glaube ich Hm, schwierig Was haben wir denn hier? Ist das eine Kiste oder das ist eine Tür? Ich glaube das ist eine Tür Das sieht nachher Tür aus Da können wir runter Gehen wir mal runter Ja, vielleicht speichern, weil es kann sein, dass ich hier nicht hin soll Deswegen speichern wir ganz oben Hier zur Brücke springen Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ok Na? Ah, das ist… läuft gar nicht so gut. Ach komm, ich lade, das kann ich besser. Ich war nicht darauf gefasst, dass jetzt hier Tiger kommen. Da fehlen noch zwei. Ist auch noch grad eben Vieh oder nicht? Ja. So. Wir haben jetzt hier wieder… gefrorenes Eis. Eventuell müssen wir diese Feuerschale oder was das ist da oben runterfallen lassen, dann bricht das Eis. Oder es wird aufgeschmolzen, weil dann hier was auch immer Lampenöl auf dem Boden brennt oder bla. Gefrorenes Eis, gefrorenes Wasser. Eis halt. Bisschen doppelt gemoppelt, ne? Gefrorenes Eis ist zwar nicht falsch, aber es ist so… Hm… Bisschen… Hm… So was sagt man? Flüssiges Wasser. Oder… Na gut, weil flüssigem Wasser… Wasser kann ja auch eine andere Form haben, aber… Eis kann nicht anders sein. So wie… fester Stahl oder so, wobei Stahl kann auch anders sein. Aber Eis kann nicht anders sein. So wie… Was kann nämlich anders sein? Wässriges Wasser. Ja gut, das ist aber sehr… Ein runder Kreis. Ja, ein runder Kreis ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Nasses Wasser, ja… Aber ist… Ist nicht… Ist nicht gefrorenes Wasser, also Eis, ist… Ist Eis nass? Was würdet ihr sagen? Nein, ne? Ich würde auch sagen, das ist nicht nass. Ist sogar trocken. Man sagt ja auch, dass zum Beispiel die Antarktis oder so eine Wüste ist. Aber der Ozean ist ja keine Wüste. Glaube ich. Ok. Genau, ne Eiswüste. Aber ne Eiswüste ist zum… Also es gibt noch… Was weiß ich… Ne Tundra ist glaube ich… Ist ne Tundra auch ne Wüste? Ja oder? Oder ne… Salzwüste oder so. Muss nicht unbedingt heißer Sand sein. Genau, ne Wüste eher weil da nichts ist. Aber… Hm… Was heißt denn da ist nichts? Jo. … irgendwas… ... ¿... Ich habe schon Vamos gewandertes Team! tea… Yo kann das ... ... ... ... ... ... ... Der Fight war nicht so gut. Was habe ich bekommen, ah ich habe diese Maske bekommen wieder, ne? Die hier, tibetanische Maske. Warum trägst du eine Maske? Na, weil hier Stroh liegt. Okay. Oh, da ist ein Leiter, Moment. Komm ich da hoch? Warum liegt hier Stroh? Na, weil da eine Maske getragen wird. Okay, da kommen wir nicht hoch. Kommen wir hier irgendwo hoch. So weit. So weit. So weit. Von da kommen wir. Ja, okay. Von da kommen wir. Schön und gut. Können wir hier hoch? Hm. Können wir hier am Rand versuchen, aber ich glaube nicht. Ne, 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 ne. Ich kann nochmal hier versuchen. Ne, keine Ahnung. Wir müssen ein bisschen schauen. Hier alle ist nix. Also nix, wo ich hoch kann. Ich muss hier wieder raus. Ich bin hier gerade völlig verkehrt. Muss den Raum wieder verlassen und vielleicht dort, wo ich ursprünglich herkomme wieder hin. Geh nochmal da rein. Aber mit Fackel. Fackeli. So. So. Was? Trogen. Achso. Das Eis überlesen. Der Trogen ist per Definition fest. Keine Sub-Alerts. Weiß nicht, sind die aus? Ich glaube, wir haben Standard-Alert-Art an. Ich habe den nicht umgestellt. Ich habe den nicht umgestellt. Was du dort meinst. Ja, sind aus. Komplett aus? Aus, aus? Aus, aus. 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 Aus. Aus, aus. 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 Aus, aus. 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 muss irgendwo da die maske muss irgendwo hin also es gibt irgendwo einen steckplatz für die maske wo die hin muss aber die frage ist auch wohin hier ist auch über allen nix ja vielleicht solltet ihr nochmals haben damit wir feststellen ob das nicht gerade ein zufall war vielleicht ist vielleicht doch nicht aktiviert und noch mal haben wir auch mit diesem warm und kalt höre ich sowieso nicht mehr darauf das war schon so oft falsch das ist irgendwie seltsam hier soll das denn für eine leiter hoch dann ist hier war was zum einsammeln das habe ich eingesammelt aber trotzdem ist das irgendwie komisch muss das mal ein bisschen an mhm ah Ah! Ok. Jetzt haben sie sich mal ein Level überlegt, wo man die Fackeln aber wirklich braucht, wa? Ok, bevor wir hier rüber hüpfen wie so ein Weltmeister, gehen wir in die andere Richtung. Ok, wir müssen hüpfen, denn da in der Mitte ist ein Schalter. Ok. Vielleicht die Pfannen anmachen, aber die Frage ist dann wie. Ich habe Sprung gedrückt. Ich hasse alles. Ich hole mir so ein Tool, wo ihr seht, welche Tasten ich drücke. Damit ihr mich nicht für komplett unfähig haltet. Ich kann das noch weitaus weniger beunruhigern. Das mit der Musik raffe ich auch nicht. Da kann ich immer dieses paar Sekunden Musik einspielen und dann ist wieder Stille. Da sind jetzt alle Gittertüren zu und kommen hier nicht mehr raus. Ja. Also ein Schalter-Rätsel. Wenn ich die umlege, ist zwar dort zu und dann sind die Gitter auf. Also geht wahrscheinlich nur eines von beiden. Wir müssen also irgendwie Gitter und Tür sinken oder sowas. Da gibt es irgendeinen Schalter, der kann nur eines von beiden ändern und damit kann man das dann irgendwie synchronisieren und bla bla bla. Kriegen wir hin. Die Rätsel schon gelöst, bevor wir überhaupt das Rätsel richtig vollständig haben. Okay. 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 Mal wenn ich Chat lese und nicht gucke, was ich da mache, weil ich mir denke, ich werde das wohl schon schaffen, ohnehin zu gucken, was einzusammeln. Aber schaffe ich nicht. Okay, also hier ist nix. Wir gucken uns das nochmal kurz an. Ich brauche nochmal kurz ein paar weitere Informationen. Welche Tür geht da eigentlich auf? Hier. Welche Tür machst du auf? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Tür das ist. Irgendwo. Ach doch, weiß ich. Das ist da, wisst ihr? Da links ist die Brücke. Also jetzt hier aus links ist da die Brücke. Das ist diese Tür, die wir gesehen haben, mal rüberspringen, wo ich noch gefragt habe, ist das eine Kiste oder eine Tür? So, es gibt diesen Hebel. Und es gibt diesen hier. Der hier ändert nur die Gittertüren. Und der hier ändert beide. Also ist das Rätsel easy. Ich zweiteile mich. Und die eine Körperhälfte bleibt draußen und die andere bleibt hier drin. Okay, gibt es hier einen zweiten Weg rein oder sowas? Genau, wo ich die Maske her hatte. Jetzt die Tür zu. Jetzt müsste ich draußen sein, den Hebel bedrücken und dann wieder den Hebel drin. Aber ich komme dann ja nicht mal rein. Es muss noch irgendwas anderes geben, etwas weiteres. Warum willst du die Gitter zumachen? Damit ich sie aufmachen kann. Der Schalter im Inneren betätigt die Tür und die Gitter. Der Schalter im Äußeren betätigt nur die Gitter. Das heißt, ich muss die Tür mit dem Gitter sinken, mit dem Schalter außen. Aber wenn ich das getan habe, komme ich nicht mehr rein, weil dann die Gitter zu sind. Na mal hin. Aha. Ja, der Clipping, dieses Clipping-Gedöns ist echt nervig, das stimmt. Hier unten ist gar nichts, ne? Das ist einfach nur leere Fläche. Wo mein Gegner rumzischt. Aber wahrscheinlich übersehe ich wieder irgendwo einen Schalter, weil der irgendwie so... Wir waren ja Gorilla oder Yetis, die befreit worden sind. o.a. o.a. Eine Kiste, da war doch noch eine Kiste oben rechts, eine Kiste. Ah, ich glaube ich sehe, was du meinst. Also es gibt in den Ecken immer Sachen, wie hier zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das eine Kiste ist, einfach mal gucken. Oh doch. Mit anderen Ecken ist auch was. Okay, hier ist nichts hinter. Ah, da hinten ist nur Feuer. Aber das muss dann was mit der Kiste zu tun haben. Ah, ich glaube ich weiß. Ah, okay, okay, okay. Es ist easy. Easy. Genau, blockieren. So. Hervorragend. Und jetzt betätigen wir den Hebel. Und wie durch Zauberhand ist die Kiste verschwunden. Aber die Tür ist auf. Die Feuergefechte sind nur deshalb schwer, weil Medipacks Mangelware sind. Wieso leidet Lara heute, weil ich einen No-Death-Run ausrufen wollen würde, aber mir nichts einfällt. Deshalb muss Lara die ganze Zeit sterben, weil das jetzt ein Death-Run ist. Das Spiel will mich töten. Wir können da lang oder wir können hier lang. Da geht es wirklich lang und hier ist ein Geheimnis. Oder auch nicht. Oder hier ist einfach gar nichts. Und da kommen wir auch hoch, aber ich glaube da ist auch nichts. Vielleicht geht das nicht mal hoch. Hält sich nicht fest, die Jude. Mal von der anderen Seite. Ja, ich glaube das ist schräg abschüssig, ja. Also so diagonal schräg, keine Ahnung. Diagonal schräg. Gibt es da ein gutes Wort für? Die Ecke ist hier. Die Ecke ist jedenfalls der niedrigste Punkt. Nicht die Kante ist horizontal tief. Windschief. So. Windschief. Aber das könnte sein. Windschief. Nennt man das Windschief? Windschief klingt richtig. Ohne ist genau weiß. Lass mal schlauer werden. Windschief. 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 Ich hab ja schon mal überlegt, ob ich sowas hier mal mache im Chat, so Aufgaben löse, aber das darf man halt eigentlich nicht, wegen Urheberrecht und so. Ich müsste mir dann selbst welche überlegen. Naja, okay. Klingt, ooooh, jetzt klingt nicht so, als wäre Windchief das Wort, was ich gesucht hab. Urheberrecht auf Formeln, nicht auf Formeln, aber Urheberrecht auf Aufgabenstellungen. Ich kann mir hier leider nicht einfach ein Buch nehmen mit Aufgaben und das durchrechnen. Leider, ja leider, ich würde das gerne machen. So, bevor wir da runterspringen, weil es glaube ich keinen Weg zurück, gucken wir uns diesen Raum nochmal an. Aber sonst ja, Formeln sind allgemein hin nicht Urheberrechtlich beschützt, weil man sagt, dass da keine Kreativität oder so rein fließt, sondern jeder könne die denken oder so bla bla. Außerdem wird es den Alltag sehr erschweren, wenn es so wäre. Interessanter ist es dann bei Programmierung. Da wird es dann halt schwierig mit dem Urheberrecht. Ab wann ist was programmiertechnisch urheberrechtlich geschützt und wann nicht. Nicht jedes kleine Code-Snippet ist urheberrechtlich beschützt, ein ganzes Programm hingegen wahrscheinlich schon. In der Regel. Sonst wenn es ein bisschen mehr tut als an und aus gehen. Ja, Patente sind nochmal was ganz anderes. Also man muss vorsichtig voreinander trennen. Patente ist nochmal ein bisschen was anderes. Erstmal nur von Urheberrecht. Nur du denkst dir was aus und ob das dann beschützt ist oder nicht. Ohne dass du irgendwas anmeldest, einträgst oder sonst was. Nein! Oh Mann, ob ich dumm bin. Liegt an der Leiter ein goldenes Relikt. Wo soll hier was liegen. Okay. Verguckt. Oh Mann. Hopp. So, jetzt. Kann ich mit den normalen Pistolen machen, dass ich keine Munition verschwende, ne? Dann noch ein dritter irgendwo. Okay, wir speichern einmal. Und da ist der dritte. So. Also hier geht es einmal runter. Aber hier ist nix. Nix. Keine Munition verschwender, baller voll rein. Ja, aber ich baller mit den Pistolen rein. Mit den Standardpistolen. Davon habe ich unendlich Munition. Mensch. Da habe ich ja extra die Waffe gewechselt. Wir sind jetzt hier. Warum sind die da? Warum sind hier Eiszapfen? Es gibt keinen Grund, warum die hier sein sollen. Das ist nur um die Spielerzwerge und um mich zu töten, wie gerade eben. Okay. Dann. Was ist hier? Hier. Eine große Tür. Könnte Level Ende sein. Was ist hier? Ein Stein. Da könnten wir drauf springen und dann an die Leiter vielleicht. Essen ist fertig. Boah, ich habe heute noch, ich weiß noch gar nicht, was ich heute essen soll. Ich glaube heute gibt es Spätzle mit Käsesauce. Als fertig kriege ich die, ja, 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 prinzipiell, ja. Rühren Pulver an und mache die Nudeln rein. Und so viel selbst gemacht ist daran nett. Oh ne, war nicht Level Ende. Mal gucken. Falsche Waffe. Aber wechseln wäre dann wieder auf Zeit gegangen und dann hätte es nichts gebracht. Hier ist wieder ein Schalter. Das ist in diesen... Das ist in diesen Hauptraum, ne. Boah, wie komme ich denn da wieder hin? Ah, okay. Ah, hier bin ich. Aber was soll ich hier? Ich kann da ja auch nicht runter, das überlebe ich ja nicht. Oder springt das Eis, wenn ich da drauf springe und dann ist alles gut. Doch im Leben, ne. Ins Feuer. Ja, es könnte sein, dass ich tatsächlich ins Feuer muss. Weil, pass auf, die Seile halten mich nicht, weil ich zu fett bin. Dann stürzt das Ding ab. Ich fange Feuer, aber das Eis bricht und das Wasser löscht mich sofort. Die Hälfte war richtig. Wir springen aufs Eis und das Eis bricht, weil das Eis ist nur ganz dünn und das trägt uns nicht, wenn wir so viel Karacho aufkommen. Wir müssen aber auch mit so einer möglichst kleinen Fläche aufkommen, sonst zerschlagen wir das Eis nicht. Das war noch falsch. Wir kriegen das hin. Das hier ist nur dafür da, um uns darüber gewahr zu werden. Was für ein schöner Ausblick dieses Level bietet. Können wir da rüberspringen? Nein. Aber wir kommen hier. Ah, guck mal. Hab ich von Anfang an gesehen. So, hier ist jetzt auf. Keiner weiß, was uns da unten erwartet. Auf jeden Fall wird der Tod auf uns zukommen, wenn wir den Sprung geschafft haben. Miese Katze. Ich komm. Ich komm. Es gibt keinen anderen Weg als nach unten. Okay. Das wird jetzt crunchy und ich weck den Tiger in mir und so. Ich spring jetzt mal nicht direkt nach links. Ich komm. Okay. Ich komm. Ich komm. Ich komm. nicht hinfseien. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ihr Volte. wir haben jetzt verstanden wie das geht das geht nämlich folgendermaßen man macht jetzt hier alt ende und nach vorne was habe ich gemacht das hat irgendwas geändert alter das spiel 32 frames wusstet ihr das ich glaube das steht für die 32 bit farb plan weiß ich doch warum macht die das denn nicht wieso macht ihr nicht was ich drücke ich habe das schon beim ersten mal richtig gemacht guck mal bonjour fall jetzt hier unten hin geht nicht das ist die maus bleibt jetzt da was ich nämlich mache ist nach vorne springen und dann alt zurück damit die eine rückwärts rolle macht macht sie aber nicht die macht einfach einen schritt zurück als würde sie kein alt command bekommen was beendet eigentlich die ende taste die macht diesen die macht den hier das war mein erster versuch wir machen gar nichts davon wir machen einfach den hier dann braucht sie zu lange nur ich speichere jetzt wenn ich hier oben bin ja warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht keine ahnung ok so jetzt da unten sind tigerchen das ist noch mal so eine schneefalle warum sind die aber so schneefallen tigerchen tigerchen like d d d d d d d Cheesy? Ich finde das nicht cheesy. Ich erschieße die Tiere doch einfach nur. Aus sicherer Entfernung. Wenn ich mich da runter fallen lasse, kriege ich Instant Damage. Okay, keine Ahnung, aber ich muss glaube ich runter. Kommt ihr an? Okay, wir speichern, bevor wir runter gehen. Ja, aber okay. Ich springe auf die Schneekugel. Klappt nicht. Glaube ich nicht. Oder? Man kann doch nicht auf einer Kugel stehen. Ne, darauf kann man nicht stehen. So, mal gucken was der Schalter macht. Habs geahnt. Bin losgelaufen, habs geahnt. Da geht ne Tür auf. Ist die Tür auch auf? Ja. Und jetzt sind wir wieder hier. Was soll der Zirkus? Okay, hier muss irgendwas sein. Ist, ah warte mal, könnte es sein, dass diese Tür, nicht Tür, dass diese Eiswand durchschießbar ist oder sowas. Oder sowas. Und die hier? Ne, kann ich die rausziehen? Ne. Vielleicht müssen die da losrollen. dann rollen die gegen die Eiswand, dass die Eiswand kaputt. Okay. Kann ich euch triggern? Okay, cool. Das sieht verdächtig aus. Ist das ne Falltür? Nein. Nein. Links ist offen. Oh. Ich muss mich hier nur näher. Ah ja. Gar kein Problem. Es funktioniert nämlich so. Hier war nicht perfekt, aber ist okay. Jetzt sind wir hier. Ist das vielleicht doch ne Kiste? Steuerung. Steuerung. Ne, ist ne Tür. Eine nicht verschiebbare Kiste. Ne, ist ne Tür. Sieht man auch ein bisschen. Ein bisschen Schummel kann man da so durchgucken. Das wird nicht gehen, wenn das ne Kiste ist. Das wird nicht gehen, wenn das ne Kiste ist. Also hier hoch springen ist nicht. Soll hier durch. Ja, wahrscheinlich. Warte mal. Wahrscheinlich. Sind. Wenn ich hier rüber laufe, gehen die Türen auf. Was? Sag ich doch. Ist das mit Timing? Ja. Hier bin ich einfach... Ach. Ach. Ach, ach. Ach. Ach, ach. Jaaaaaaah Okay, wir speichern vor dieser Passage auf jeden Fall. Und zwar hier. Ne, die Tür ist schon wieder zu. Warum ist die jetzt schon zu? Okay, wir speichern nicht dort. Wir speichern, bevor wir rausgehen. Hm, vielleicht einen Abstand. Hier speichern wir. Warum ist die jetzt zu? Darf ich nicht? Oder soll ich links rum? Aber im letzten Mal war es so, was hätte ich schaffen können. Stimmt, vielleicht geht es durch speichern kaputt. Vielleicht geht es durch speichern kaputt. Ich muss das in einen Schwung schaffen. Ja, das dauert ein bisschen, Leute. Okay, Konzentration. Jetzt Konzentration. Siehst du, alles einfach. Was? Wir haben es geschafft. Ich glaube, jetzt kommt Zwischensequenz, Leute. Geht doch nicht. Hä? Der Eispalast. Nee, nicht Teil 1. Teil 2. Hier sind wir. Na gut. Ey, nicht spoilern, das hatten wir schon mal irgendwann gezeigt. Das müssen wir uns danach sowieso einmal durchlesen, um die Story zu verstehen. Ah, da ist eine Leiter. Story, ja, irgendwas mit einem Mönch. Mehr weiß ich auch nicht. Mehr habe ich nicht gerafft. Von da kommst du doch. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber irgendwie. Ich schieße auf die Glocke, okay. Bevor ich das mache, gehe ich dahin, wovor ich komme. Das könnte ein Sub-Sound sein, ne? Dong. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir gehen nach ganz oben. Wir kommen da nicht hin. Moment eben kurz, nochmal neu, volle Lautstärke. Vielleicht brauche ich das. Haben wir wieder ein Druckplattenrätsel? Überall erstmal Sackgassen. Was? Das Jumppads oder was? Okay, unerwartet. Wie lange ihr in Gefangenschaft seid, treffe ich euch nicht. Hab ich mir gedacht. Aber ich kann glaube ich noch theoretisch eine Ebene höher springen. Was sollen das denn sein? Ich glaube das sollen Yetis sein. Bin doch im Tibet. Schnee Yetis. Schnee Yetis, genau. Da hinten war noch was interessant. Hier ist irgendwie so. Ist nicht so. So, wir übernehmen das Medikit. Und speichern vor diesem Sprung. Nachdem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich brauche nur genug Speed in der Horizontalen Aber darf auch nicht vorbeispringen Um euch das mal zu begreiflich zu machen, was hier passiert Ich versuche das mal zu verdeutlichen Ich drücke jetzt alt, es passiert nichts Altes Springen Es gibt nur bestimmte, also an bestimmten Orten kann man nicht springen Beziehungsweise ich kann an jedem Ort springen Also ich kann hier springen Aber Wenn nicht jetzt Ach man Wenn nicht Hier laufe und jetzt alt drücke, macht ihr das nicht Erst jetzt Hier und ich Ich versuche mein Geräusch zu machen, wenn ich drücke Ihr hört den Tastenanschlag Pass auf Und so hat man es dann geschafft Wie dumm ist das denn Oh mein Oh mein Oh mein Oh mein Oh mein So Oh mein Oh mein Mörder? Nein, das war kein Mord, das war Totschlag. Vielleicht Notwehr. Vielleicht auch nicht. Aber Mord war es nicht. Wobei, vielleicht doch. Schwierig. Wisst ihr, der Mord unterscheidet sich vom Totschlag, wenn Mordmotive erfüllt sind. Mordmotive können zum Beispiel sein, dass man jemanden hinterlistig tötet. Also einen offenen Zweikampf ist ein Unterschied als von hinten auf den Kopf und der Rat nix davon. Und das war ein offener Zweikampf. Deswegen ist es eher Totschlag als Mord. Aber es gibt noch andere Mordmotive. Zum Beispiel der Grund, warum man jemanden tötet. Zum Beispiel mein Beweggrund in diesem Fall war, ich möchte diesen Tempel ausnehmen für Reichtümer, glaube ich. Aber vielleicht haben wir auch voll den guten Grund. Man weiß es ja nicht. Die Story werden wir jetzt im Nachhinein. Das war zum Beispiel Notwehr. Das hätten wir nicht mal anders lösen können. Bei den anderen hätten wir vielleicht noch wegrennen können oder so, keine Ahnung. Obwohl das immer noch Notwehr sein kann. Ach egal. Kontaktieren Sie Ihren Anwalt. Lassen Sie mich in Ruhe. Hat das jetzt gebracht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieh auf. Ich sehe hier Yeti-Hassverbrechen. Knut hat's doch verdient! Oh oh. Bin ich jetzt gefangen? So wie die Yetis vorher. Nee. Aber die Strafe folgte auf dem Fuße. Habt ihr das gemerkt, wie die Strafe auf dem Fuße folgte? Wo muss ich hin? Oh, ich hab hier so keine Orientierung. Das ist wieder ein Level ohne Orientierung. Hab ich noch woanders Druckplatten? Außer die drei. Ja, da ist noch eine vierte. Hier ist noch eine. Wo führt die denn hin? Ich sollte immer speichern, bevor ich auf diese Scheißdinger gehe. Hier war ich schon. Der führt zum Gleichen wie die anderen. Das heißt, und hier komme ich auch nicht höher. Das heißt, es muss eine von den anderen sein. Ich würde sagen, die in der Ecke. Nein, nicht die. Die hier, wenn überhaupt. Und dann da hoch. Da haben wir ja grad was geändert. Ja. 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 Das ist ja nicht. Ja. Ja. Wisst ihr was, ich habe letztens so ein paar Bilder mir betrachtet von vor ein paar Jahren. Und dann dachte ich mir so, ich habe mich optisch gar nicht so viel verändert. Also ich bin nicht so viel älter geworden in den letzten zwei oder drei Jahren. Durch dieses Tomb Raider Let's Play werde ich aber in drei Jahren aussehen wie 70. Das rauft mir jede Hautzelle vom Körper. Mach jetzt Dong! Schieß nicht an die Wand, schieß an die Glocke! Ich soll springen und schießen, richtig? Richtig! Du kriegst es so hart, ne? Du denkst vielleicht, du hast die großen Glocken, ne? Aber ich... Die Kanonen, du! Aber ich muss eher springen. Ich muss springen, schießen und auf der Stelle bleiben. Das Leben ist... Das Leben ist... Das Leben ist... Kann den Satz nicht vervollständigen. So. Was hat sich geändert? Warum habe ich das getan? Warum schieße ich auf Glocken in der Erwartung, dass sich irgendwas tut? Ich drehe langsam durch. Es passiert. Ich verliere den Verstand. Darunter? Okay. Das Doppeltor. Hallo Doppeltor. Also... Ist der eine auf, der vorher zu war? War der eine Doppeltor zu? Ist der jetzt auf? Wenn das stimmt, dann brauchen wir noch ein Glockentor. Ich habe nur sehr wenig Leben. Aber hier ist doch nur eine Glocke. Da ist noch eine Glocke. Aber das ist die, die wir gerade beschossen haben. Die da. Oder? Ja. Das ist die, die wir beschossen haben. Wo ist die nächste Glocke? Ist oben noch eine. ? ? ? ? ? Moment mal, ne es passt schon. Das könnte auch sein, dass zwei Glocken nebeneinander sind oder hintereinander. Das ist ne andere, guck mal, da ist doch ne Wand dahinter. Ich hab doch gleich gesagt. Das geht so nicht. Wir sterben. Was tue ich da, was drücke ich? Wer bin ich? Ich speicher jetzt. Wo ist eigentlich El Monolita? Warum ist der nicht da? Wofür bezahl ich den denn? Da ist er, okay. Ob das ne andere Glocke ist? Hä? Hä? Okay. Ich hoffe ihr seid bereit. Der Moment ist kürzer als... Von unten, vielleicht von unten, ja. Weil sich auch verzögert schießt, das kann man so nicht typen. Wir versuchen es von unten. Weil sie schießt ja nicht, wenn ich schießen drücke, sondern wenn ich schießen drücke, macht sie den hier. Da, seht ihr das? Das hier. Wenn ich schießen noch rechtzeitig loslasse, dann kommt es auch nicht zum Schuss. Das ist voll Kacke zu Teil. Man muss halt vorher schießen. Das hat doch nicht gedonkt. Vielleicht mache ich es auch grundsätzlich falsch. Vielleicht geht das irgendwie anders. Hat das vielleicht auch schon gereicht und ich höre das Dongen einfach nicht. Nee. Vielleicht so. Nee. Nur drauflaufen. Nee. Das war nicht das, was ich wollte. Von unten dann auf die Platte. Also das hintere Ende der Platte. Ja, das versuche ich auch noch. War jetzt auch mein nächster Gedanke. Also ich bin nicht auf dem Sprung. Ich bin nicht auf dem Laufen. Ich springe jetzt nach vorne und lerne da auf dem hinteren Ende der Platte. Ja. Von hier. Ich habe springen gedrückt. Ich habe wirklich gedrückt. Ja. 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 Wiem. Oh nein. Okay. Safe. Was ist das? Wie soll man das als No-Dev-Fun machen? Man muss ja wissen, wo man hin muss. Ah, da muss ich eigentlich hin. Okay. Vielleicht schaffe ich das trotzdem noch. Wo bin ich jetzt? Okay. So, wo muss ich hin? Nochmal nach oben gucken. Da. Dazu muss ich. Das war schon richtig. Das war schon. Hä, habe ich das nicht gerade eben so gemacht gehabt? Ich hoffe gar nichts mehr, da ging es da hoch, wie habe ich das denn gemacht beim ersten Mal? Habe ich überhaupt Air Control? Nein, habe ich nicht, also doch, aber nein, keine Ahnung, habe ich diagonal gemacht, um den Weg zu verlängern. Okay, ich habe jetzt irgendwas Unkontrolliertes gemacht, aber vielleicht hilft das ja. Eine Augenbraue zuckt. Das ist ein gutes Zeichen. Ich drehe langsam durch. So. Ein bisschen spielen kann ich ja doch. Ich speichere hier. Ich habe auch schon gesehen, was ich machen muss, da ist nämlich eine Glocke. Ich spring jetzt mit gezogenen Waffen an die Schräge, spring wieder ab, schieße gegen die und habe gewonnen. Wieso springt die denn nicht? Ich glaube, ich kann von den Schrägen aus dem Grund nicht abspringen, oh Mann. Wieso springst du nicht? Ist meine Tastatur kaputt? Sprungtaste. Funktioniert doch. Sprungtaste. Funktioniert doch. Sprungtaste. Sprung nach vorne. Funktioniert auch. Aber die springt da nicht ab. Guck mal, alles war perfekt. Ja, 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 ja. Ich weiß aber nicht, was das bewirkt hat. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich zu freuen. Da hoch, ne? Guck mal, jetzt können wir da hin und dann da hin. Das ist easy. Das ist easy. Das ist easy. Wir speichern. Nein. Wir speichern nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Bruce. Wer hier speichern würde, der wäre ein Noob. Hier speichert man. Ein Plepp, genau. Wir sind kein Plepp, wir sind Patricia. Eine Nase juckt. Man soll sich ja nicht mehr kratzen, ne? Wegen der Kratzindustrie. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Wie? Ich soll da hinten hin, aber wie? Ach man. Falsche Waffe gewesen. Darum kam der uns zu nah. Aber kein Problem. Der wollte nur kuscheln. Aha. Aber wir nicht. sind entweder da lang oder... Oder wir sterben. Es geht hier lang. Warum sollte man hier nicht hinkommen? Was ist das denn für ein Geheimnis? Ich mach mal Licht an, aber... Das war eigentlich nur gesehen und geholt. Komisches Geheimnis. Hey, gestern hab ich Döner gegessen, ne? Das war super. Also eigentlich hab ich Döner Teller gegessen. Dazu gab's einen kleinen Lama-Jun. Da hab ich mir kommen lassen. Siegfried! Was ist denn... Heute bin ich nicht so fingerfertig, ne? Aha. Okay. Wir haben... Eine Maske. Aber wo ist der Strom? Ist der hier verschiebbar? Nein. Nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief! Ob der Tiger einen Reifen verloren, du? Gab es... Einen Ort? Wo ich diese Maske reinstecken kann? Es muss einen Ort gegeben haben. Vor nicht allzu langer Zeit. Wo es eine Aussparung gab, in der die Maske hineinpasst. Haben wir diesen Ort gesehen? Haben wir diesen Ort gesehen? Habe ich ihn vergessen? Oder haben wir ihn nicht gesehen? Und ich habe ihn folglich auch nicht vergessen. Aber vielleicht habe ich ihn gesehen, aber übersehen? Übersehen ist ein komisches Wort, findet ihr nicht auch? Eigentlich ist über immer besser. Also super heißt ja zum Beispiel über. Wenn etwas super ist, ist es über. Aber wenn ich es über sehe, dann wäre das ja so, als hätte ich es gut gesehen. Als hätte ich es super gesehen. Ist es aber gar nicht. Sprache ist voll komisch. Genau, überfahren ist ja was Gutes. So, und jetzt. Komm, wir müssen da runter. Vorbeigesehen, das wäre viel besser. Genau, das wäre viel besser, wenn wir sagen vorbeigesehen. Oder versehen. Ich habe mich versehen. Oder ich habe mich. Ach, keine Ahnung. Und vor allem, wenn Blicke töten könnten, würden wir dann sagen, wir haben jemanden umgesehen. So wie man jemanden umbringt. Wo bringt man den eigentlich hin? Um die Ecke, stimmt. Man bringt den um die Ecke. Jäcker eigentlich. Mann, ey. Da waren wir schon, das ist korrekt. Ich sehe, ich gucke mich jetzt um, ob ich etwas übersehen habe. Weil sonst bringe ich Lara um die Ecke. Zum Beispiel hier, rechts herum. Stimmt, ich habe wieder was super sehend. Super gesehend. Ich glaube, was wir gesupersehend haben, war eine Ebene Höhe. Mann, ey. So, wir sind eine Ebene Höhe. Haben wir hier was gesupersehend? Ne. Ist da nicht ein Gesicht an der Wand? Wo hast du ein Gesicht an der Wand gesehen? Wortspiele. Ja, nachher machen wir noch Excel-Spiele. Unten. Okay, wir gehen nochmal nach unten. Ein Gesicht an der Wand. Zeit für den Rechts-G-Algorithmus, korrekt. Der Gute. Der hat uns noch nie geholfen. In dem schmalen Durchgang. Schmaler Durchgang. Okay. Da ist der schmale Durchgang. Schöne Reihen da in den Durchgang. Oder meinst du die Tür? Das ist ein Gesicht, das stimmt. Aber das suchen wir nicht. Okay. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich fand das richtig super von dir. Uff. So war das nicht gewollt. Nix hast du verpasst. Gar nix. Alles in Ordnung hier. Sind wir ganz oben. Ey, ich hab keine Ahnung, wo wir was übersehen haben. Wir haben nix übersehen. Das Level hat keinen Ausgang. Ist jetzt vorbei. Wurde nicht richtig programmiert. Hat noch nie jemand so weit gespielt. Ist niemandem aufgefallen. Ganz oben, wo du gespeichert hast. Ich hab überall gespeichert. Du meinst wahrscheinlich... Das ist halt super sehen. Das stimmt. Irgendwo hier. Tod. Jetzt sind wir wieder hier. Bisschen die Aussicht genießen. Schön, toll. Was ist das hier? Hier waren wir noch nicht richtig. Oder waren wir doch da? Nein. Wir haben es gefunden. Doch hier waren wir glaube ich. Noch hier waren wir. Wir haben doch nix gefunden. Außer n Tiger. Mit n Tiger an dir. Warte. Warte mal so. Hier. Warte. Warte, warte, warte. Da oben rechts war das Geheimnis. Da müssen wir nicht hin. Was ist denn hier links? Bringt uns das weiter? Warte mal. Warte mal. Warte mal hier, warte. Ich beziele mich. Okay, das ist minimal beunruhigend. Könnte oben sein, ne? Komm wieder irgendwie hin? Das ist doch nicht wie. Warum die Fackel flackert? Ich glaube, weil sie damit Animationen machen wollen. Damit es nicht einfach nur hell wird und das war's. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum die flackert. So richtig Low-Budget-Animation an, aus, an, aus. Und das Flackern weist auch so ein bisschen darauf hin, wann sie ausgeht. Runter da, das überlebe ich nicht. Oder? Wir können ja speichern. Da wartet doch nur der Tod. Das spießt mich da sogar auf. Kann ich vielleicht, warte mal. Kann ich vielleicht ne Fackel ziehen und im Sprung auf Waffeln wechseln und dann lässt sie die... in der Art wollte ich das hier. Aber das ist irgendwie Käse, oder? Stimmt, warte mal. Hier sieht anders aus. Weil da ist Tapete an der Wand. Ich weiß, dass sie die Fackel auch loslässt, wenn ich die Waffe ziehe. Und dann lässt sie doch nicht die Dings hier runterfallen. Dann lässt sie die oben fallen. Oder? Ach doch nicht. Okay. Nice. Okay. Nice. Ich hab Schiff gedrückt. Wirklich Mama. Oh. Ah, okay. Hier ist ein Loch. In der Mitte ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Genau hier. Hier. La 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 la. Hier. La 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 la. Oh. Ich habe ein Lochcontrol. Ah oh! Daöglich. Oh. Ja oh toll! Ich habe켜ge... Ach ja. Hier sind wir. Oh, da geht er rein, da geht er rein. Oh, da geht er rein. Aha. Geil. Das ist das andere Level. Das ist das andere Level. Ich wollte eben das Geheimnis holen. Ich habe weiter Tod natürlich selbstverständlich geplant. Jetzt speichern wir wegen der Sicherheit. Kann eigentlich nichts passieren an der Stelle. Dann geht doch die Musik wieder an. Wie wir vermutet hatten. Ah. Das sind wieder die Eiszapfen des Todes. Wieso will ich immer alles töten? Hm. Ich verstehe ja, dass man mich nicht cool findet. Aber warum muss man mich denn immer gleich töten wollen? Ja. Ich baller die mit dem Granatwerfer nieder. Wir haben 48 Schuss. Wisst ihr, wie man töten steigert? Aussterben lassen. Ja. 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 aussterben lassen klingt so passiv ich wollte irgendwas voll krasses machen aber man kann man das überhaupt aktiv formulieren lasse sie aussterben das ist ja auch man überlässt ja eine sache etwas ich rote sie aus das wäre es gewesen ich rote ausrotten ausrotten ist die steigerung von töten sehr gut ich sehe chat und ich wir sind gerade auf einer auf einer wellenlänge overkill stimmt wie einfach es sich die englischsprachigen menschen machen die sagen nicht kill also wenn die kill steigern wollen sagen die nicht ausrotten sondern die sagen overkill tun sie nicht war Genau, Drive, Overdrive. Manchmal machen die es doch. Oder... Keine Ahnung. So. Granaten. Damit wir wieder ausrotten können. Ich glaube, das Spiel will, dass wir mehr ausrotten. Warum gibt das Spiel uns noch so viele Granaten, als ob es hier noch einen Drachen oder so zu bekämpfen gibt? Wäre völlig weit hergeholt. Gab es in Tomb Raider 2 nämlich auch nicht. Da gab es einen Überdämon, den man am Ende besiegen musste. Und der hat sich dann verschmolzen mit der krassen Blonden. Hä? Hä? Waren wir jetzt nur wegen den Granaten hier? Watch, Overwatch, korrekt. Ich verschmelze auch gerne mit der krassen Blonden. Ja, die war doch so eine krasse Blonde. Keine Ahnung, was mit der los war. Die wollte ja mit dem Dämon verschmelzen, um neue Menschen zu schaffen oder so. Irgendwie so war doch die Story bei Teil 1. Bei Teil 2 weiß ich es noch nicht. Müssen wir noch nachlesen. Ich würde sagen, es ist unmöglich, das in diesem Spiel selbst zu erfahren, was die Story des Spiels ist. Hier gibt es nichts, ne? Hier wartet nur der Tod und ein paar Granaten. Oder hat jemand noch einen Einspruch? Ich glaube nicht. Die war keine Transhumanistin. Die hat einfach einen Sockenschuss gehabt. Sockenschuss ist auch ein komisches Wort. Heißt Sockenschuss eigentlich, dass man jemanden in die Socke geschossen hat? Oder heißt Sockenschuss, dass eine Socke geschossen worden ist? Übersockenschuss. Ja, das stimmt. Was machen wir mit diesem Zepter? Oder ist das überhaupt ein Zepter-Gong-Hammer? Ah, wir hauen den Gong. Nein. Wir hauen mit dem Hammer gegen den Gong. Aber was für ein Gong? Wir hauen mit dem Hammer in die Socke. Das ist... Das ist... War da draußen ein Gong, den ich vergessen habe? War hier ein Gong? Oder... Muss ich dafür Command-Gonger spielen? Das Schlimme ist, ich finde das richtig lustig. Aber ich weiß, dass andere Leute das nicht lustig finden. Jetzt hatten wir alles im anderem Level. Hier müssen wir nicht hin. Der Gong ist nicht hier. Der Gong ist irgendwo anders. Wir müssen gegen einen Gong hauen. Und dann stürzt eine Schneelawine über uns ein. Und das... Dann kommt der Ober-Yeti. Der ist drei Meter groß. Und ist der Papa von den anderen Yetis. Und den müssen wir mit einem Granatwerfer ins Leben zurückholen. Oder aus dem Leben befördern. Oder was weiß ich denn was. Keine Ahnung, was ich da rede. Ich brauche einen Gong. Zum Beispiel könnte diese... Diese Eiswand könnte zerbrechen. Wenn der Gong geschlagen wird. Ach, das sind Witze. Ich habe die Orientierung verloren. Hier waren wir schon mal. In dem anderen Level. Den habe ich doch schon eingesammelt. Den habe ich im Inventar. Das kann ein Fehler sein. Wieso sage ich eigentlich, dass es die Möglichkeit eines Fehlers ist, wenn ich... Das ist ein Fehler. Nicht, es kann ein Fehler sein. Was ist denn los mit mir? Zwei Gong haben also Steigerung der Frequenz. Ja! Dann ist es der Over-Gong. So, hier. Hä? Habe ich gleich zwei Gong, ja? Habe ich irgendwie das Spiel gehackt? Gonghammer 2. Hä? Ich habe doch den ersten dort eingesammelt, oder nicht? Und da lagen da von Anfang an zwei. Ja, du Fisch. Hier ist zu. Dann geht es hier hin. Da war ich schon. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber es geht weiter. Warum ist da überhaupt das Bonja-Logo an der Wand? Heal, ne? Das Spiel möchte mich töten, deswegen speichern wir einmal. Wir laufen jetzt mutig bis zu dem Ende. Wir laufen jetzt mutig bis zu dem Ende. Wir laufen jetzt mutig bis zu dem Ende. Es ist zu schräg. Natürlich ist es zu schräg. Wie soll ich denn da hinkommen? Keiner weiß es. Wahrscheinlich irgendwie so. Genau so. Ich könnte meinen, nach 500 Stunden beherrsche ich dieses Spiel minimal. Bis ich gleich wieder einfach nur falle. Kann ich auch in Real Life? Natürlich. Weg zur Uni, Mann. So, jetzt hier nach rechts und dann noch hoch. Pass auf. Hier geht es hoch. Warum gibt es eigentlich keinen Anti-Elasing in diesem Spiel? Langsam machen mich die Kanten Wahnsinn. Ich habe mir schon gedacht, dass das so tief ist. Aber hä? Ich kann auch nicht schwingen. Schwingen wird erst später in Tomb Raider erfunden. Ich glaube in Tomb Raider 4 wird Schwingen erfunden. Ja, vielleicht brauche ich mehr Leben. Stimmt. STRG-ESC ist schlecht, oder? Ich mach mal so. Wir ballern. Fulles Midi-Pack. Okay. So, und jetzt ballern wir da unsere Gonger hinter. Ich glaube, wir sollten nur einen haben, aber wir haben zwei. Okay. Wir gongen nochmal. So ein Gonghammer wird auch verbraucht. Da ist auch der Endgegner. Ich sehe es doch schon kommen. Oh, habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Da muss was gegen donnern. Oh, ich verschwende mal kein großes Midi-Pack und nehme nur ein kleines. Ich glaube, wir müssen nur einmal gegen donnern. Das andere ist ein Bug, dass wir zwei haben. Deswegen behalten wir im Inventar, damit wir bis zum Schluss einen Bug im Spiel haben. Oh, Mann. Nicht ungeduldig werden. Wo bin ich jetzt? Was ist los? Wer bin ich? Habe ich schon gedonkt? Ja, ich habe nur einmal gedonkt. Habe ich gespeichert? Ich kann mich nicht darin erinnern. Okay, es geht wohl offensichtlich hier irgendwo lang. Zu steil, ne? Ist er auch zu steil? Nee. Was? Wo bist du gegengehüpft? Da könnte es nicht zu steil sein. Ist es aber. Geht's hier hoch? Nein. Die Tür hier, ne? Die verwirrt den... Die Kollisionsabfrage aber richtig hart. Aha. Jetzt sammeln wir den goldenen Flaschenöffner ein. Aha. Was ist das? Talion. Siehste? Damit hat sich meine Theorie bestätigt. Ich habe keine Ahnung. So. Talion heißt Gesetz. Nee. Lex heißt Gesetz. Talion heißt Rache. Glaube ich. Hm. Okay. Okay. Wo kommt jetzt der Riesenvogel her? Wo ist der Riesenvogel? Ich glaube, wir sind schon tot. Ja klar, wir sammeln den Tagion ein, dann kommt der Riesenvogel, der Riesenvogel ist tot, wir haben es geschafft. Na klar. Ich glaube, jetzt kommt aber eine Zwischensequenz, die uns jetzt wieder was von der Story erklärt. Ja. 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 Ne. Ja. 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 Wir erinnern uns. Im ersten Level waren wir auf der chinesischen Mauer. Dann trafen wir auf einen Mönch, der im Sterben lag. Dann kam ein Ganove. Der Ganove erschoss den Mönch. Dann waren wir in vier verschiedenen Ländern oder so, sind jetzt zurückgekommen und haben den Talion oder was auch immer in die chinesische Mauer gesteckt und jetzt geht es weiter. Das war nicht die chinesische Mauer, das war die kinetische Mauer. Damit ein bisschen Bewegung in der Story ist. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Wir haben zwei kleine Medipacks, wir haben zwei große, wir haben 48 Fackern, wir haben neun Schüsse für die Harpune, wir haben 46 Schuss mit dem Granathoff, wir haben 312 Schuss mit der M16, wir haben 640 Schuss mit der Uzi, wir haben 426 Schuss mit der Automatik und wir haben 8 Schuss Schuss mit der Schrotflinte und jetzt wird ihr geballert. SCOLL Schutzt Schutzt Oh, 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 oh. Wie er einen auch natzen will. Mit mir nicht, Freund. Ich weiß jetzt, dass dieser Boden hier nachgibt. Oh, 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 oh. Okay. Guck mal, die Fische sind jetzt grün. Gibt's ja auch in China. Muss an Fukushima liegen, auch wenn das in Japan war. Egal, wir sind Europäer, wir dürfen das vermischen. So, hier geht's jetzt hier weiter. Da oben ist zu. Wahrscheinlich müssen wir hier den Schlüssel umdrehen, dann ist da oben auf. Oder links geht auf. Jadefische, stimmt. Fukuhina, genau. Das kann kein Zufall sein. Das ist deine Lieblingsnudelsorte. Natürlich sind es Glasnudeln. So. Ich glaube, der Wasserfall verursacht eine Strömung von ihm weg. Was für ein geiler Tempel das ist, du. Der Supervulkan. Ja, der Trendvulkan ist ein Supervulkan und auf dem befinden wir uns gerade. Pew, pew. Jetzt geht's hier richtig los. Richtig am Zahn der Zeit. Bonjoa geht jetzt auf TikTok. Dann machen wir ein paar geile TikToks. Machen wir ein bisschen so Musikvideos und zappeln dazu ab. Und sagen, das ist irgendwie eine neue Kultur oder so. Aber es liegt ja nur daran, dass ich die Jugend nicht verstehe. Aha. Wer sind noch uns? Ah! Mann, ich war gerade daran zu sagen, dass heute alles doof ist. Da müssen doch nicht die Tiger kommen. Ihr gehört auf die Packung von Cornflakes gedruckt. Und ich bin tot. Nein, ich lebe. Aber ich bin jetzt tot. Ich hatte immer Angst vor Trampolinen. Vor einem Sportunterricht. Alle anderen so, ja geil. Und ich so, ja, nee, lass mal. Du kommst einmal falsch auf und dein Leben ist einfach anders dann. Immer diesen Trill suchen. Weißt du, was mein Trill war? Ich bin in den Bus gestiegen. Auf der einen Route. Weil da gibt es so einen Bremser, wo der Bus immer rüber musste. Wie nennt man das? So eine Erhöhung. Ihr wisst schon. Und dann kommt der Bus und dann macht er... Hinten federt er so geil. Und dann macht's... Huiiii. Das war mein Trill in der Jugend. Und wenn der Bus war richtig ein... Wenn der richtig Dings war, ne? Und der schnell gefahren ist. So 20 kmh oder so. Dann bist du mit dem Kopf fast in die Decke gestoßen beim Bus. So ging das ab. Die guten alten Zeiten, genau. Was knurrt da schon wieder? Ist doch schon wieder irgendwie Godzilla um der Ecke, oder? Wir sind ja in China. Wir müssen... Wir müssen runter. Ein Vogel. Gefedertes Mist hier. Aber wie ist der Weg nach unten? Wie findet ein erfolgreicher Tomb Raider Spieler wie ich den Weg nach unten? Wenn man ganz oben ist. Nutze die Gravitation. Ja. Aber dann macht sie wieder Knack. Weil ihre Hüfte so dünn ist wie ein Zweig. Ich glaube ich muss das machen. Nicht ihre Hüfte, aber ihre Taille, nennt man das Taille. Ihr wisst schon da. Zwischen halt. Okay. Es funktioniert. Aber ich glaube ich habe Damage bekommen. Becken jetzt. Becken ist ja breit. Becken ist doch da, wo... Ihr wisst schon. Warte, was habe ich aufgemacht? Genau. Die Knie sind dünn. Richtig. Während die Ober- und die Unterschenkel dick sind, sind die Knie dünn. Irgendeine Tür habe ich aufgemacht. Ich habe bestimmt alles vergessen. Weil der Vogel mich abgelenkt hat. Tür zur Leiter. Genau. Aber vorher checken wir diesen geheimen Gang ab. Da ist ein Schlüssel. Es ging klar aus Kanten. Das ist richtig. Die haben wunderschöne Kanten. Jetzt hoch hier. Hoch. Ist auch schlimm. Wenn man auftaucht, schwimmt sie erst immer so kurz zwei Dinger zurück. Wir wollen ja auch Charaktere mit Ecken und Kanten. Ist ja wichtig heutzutage. Wisst ihr, was wir uns mal wieder gegönnt haben? Den hier. Mal wieder spinnen wie früher. Ich glaube der Boden ist Lava Leute. Ich glaube der Boden ist Lava Leute. Ich glaube der Boden ist das Geheimnis. Aber wie komme ich dann da wieder hoch? Wie komme ich von dem Geheimnis wieder weg? Wir werden das schon schaffen. Wenn ich mich jetzt fallen lasse sterbe ich. Ich werde Feuer fangen und sterben. Das kommt anders hin. Erstmal speichern. Die Lava Brunnen ruhig mich. Ich glaube heute esse ich Milchreis. Das überlebe ich doch schon wieder nicht. Wenn ich mich hier fallen lasse sterbe ich. Doch nicht. Okay. Dann ist alles easy. Nur warme Füße. Vor allem das Wasser ist nicht nur einfach nur eine Textur oder die Lava ist nicht nur einfach eine Textur, sondern in dem Fall hat die Lava auch noch voll wenig Frames. Es sind irgendwie fünf verschiedene, die in der Dauerschleife laufen, aber in super kurzen, ne in langen Abständen. Aha. Aber ist cool. Ich will nicht meckern, ich erkenne die Lava als Lava. Und ich meine der Typ im Internet kann ja viel Lava, ne. Ich will nicht. Und hopp Lava Croft, daran habe ich auch gedacht. Ich habe erst an Lara Loft gedacht. Ich dachte mir so, nee, kannst du nicht machen. Dann dachte ich, kannst du irgendwas mit Lava Croft machen. Aber dann dachte ich mir so, hm. Aber dann habt ihr den gemacht, deswegen muss ich den nicht machen. Okay, nice. Guck mal, die haben die Spießer rot angemalt, um die Gefahr zu symbolisieren. Gefahr! Lichter, Lava, lecker. Was will das Spiel von mir? Ich kann mich auch nicht nach hinten umsehen, sondern nur zur Seite. Ich soll wahrscheinlich abspringen. Aber als ob die da hochkommt. Ich sagte, ich schaff das da nicht hoch. Und ich sterbe jetzt. Och, sie schafft's. Okay, 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 okay. Ich muss springen, springen. Das ist ein brüchiger Boden. Guck mal, das ist gar keine Lava, glaube ich. Das ist irgendwas anderes. Das ist Erdbeersoße, aber sehr, sehr, sehr scharf. Sehr scharfe Erdbeersoße. Heiße Tomatensuppe, sowas, ja. Stimmt, rotes Wasser ist heiß und blaues Wasser ist kalt. Das ist ja ein internationaler Stand am Wasserhahn. Aha. Ist nämlich voll logisch, weil... Weil blaue Wellenlängen haben ja mehr Energie und sind heißer. ... 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 Lag was auf dem Boden. Ja, Lava lag da. Okay, guck mal. Habe ich gerade die Gewehrmunition liegen lassen? Oh, da. Da liegen Granaten. Aha. The greed is real, du. Man könnte ja jetzt sagen, wer hat denn da die Granaten hingelegt? Aber wer hat überhaupt diese ganze scheiß Anlage gebaut und warum? Ja, weil es dieses Artefakt gab und das darf keiner mehr haben. Deswegen haben wir diese Anlage gebaut. Warum habt ihr nicht einfach ein Riesenloch ausgehoben im Nirgendwo, wo das einfach niemand wiederfindet? Auf die Idee ist keiner gekommen. Ich glaube, wir müssen noch mal runterspringen. Die Tür ist aufgegangen, oder? Ne, die war schon vorher auf. Glaube ich. Was ist aufgegangen? Das war schon vorher auf, oder? Ne, das war nicht vorher auf. Die ist aufgegangen. Die Haupttür, die Haupttür, die andere Tür, die, 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 die Tür ist aufgegangen. Natürlich, die Tür. Ich erinnere mich. Ich weiß noch nicht mehr, wie man da hinkommt. Hier? Ja, die Tür. Die da. Okay. Nix, was uns tötet. Das tötet du. Uns. Ah-hah. Ah-hah. So, bevor wir hier lang gehen. Hier müssen wir was reinstecken. Später. Ah-hah. Wir merken uns jetzt, wo wir was reinstecken müssen. Damit wir später wieder vergessen. Haben. Okay. 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 Ich frage mich manchmal, ob es daran liegt, dass ich sterbe, wenn ich, also ich sterbe voll oft, wenn ich unaufmerksam bin. Aber liegt es daran, dass ich in den Momenten, wo ich aufmerksam bin, den Tod verhindere? Oder liegt es einfach daran, dass ich meine Aufmerksamkeit und Unaufmerksamkeit verdammt schlecht time? Wisst ihr, was ich sagen will? Ich glaube schon. So nach dem Motto, jetzt bin ich die ganze Zeit aufmerksam, aber hier kann mir sowieso nichts passieren. Also schlechtes Timing. Und dann dieser eine Moment, wo mein Hirn aus ist, das ist genau der Moment, der mich tötet. Und hätte ich Hirn angreifen lassen, dann hätte ich überlebt. Weil hier ist der Moment, der mich tötet. Mal unaufmerksam, worum geht's? Geh mir weg, du. Okay, das ist falsch. Ich kann... Ja, das können wir versuchen. Ich muss einfach ein bisschen früher springen. Ich muss einfach ein bisschen früher springen. Das war meine Schuld. Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. ... Guck Mal, mit Aufmerksamkeit geht das voll gut. Klar mache ich dann auch Fehler, aber das nimmt schon deutlich ab. Den Sprung muss ich machen. Das wird hart. Vor dem Speicher. Minimal verdrücken und das wird wieder nix. Muris kam Parcours, ich habe Parcours erfunden. Das Medipack ist liegen geblieben. Wir versuchen das einmal. Ich glaube das geht nicht. Also es war vielleicht nicht perfekt getimt, aber so viel kann man da nicht rausholen. Da war ja nur die Hälfte des Weges. Vielleicht wenn man früher abspringt, also wenn man schon auf der Schräge abspringt und dann beim Medipack landet, aber dann kriegt man einen Fallschaden, das kompensiert sich fast mit dem Vorteil, den man durch den Medipack bekommt. Ich glaube das geht nicht. Also vielleicht geht es, aber dann bringt es nichts. Ja man hätte eigentlich hier rein sollen. Da war es wieder. Da war es wieder. Der Moment der Unaufmerksamkeit, wo ich jetzt denke, ich bin safe, ich kann ja jetzt ein bisschen rumdöllmern. Ne, ne, ne. Das geht nicht. Ich glaube jetzt könnte sogar sein, dass ich mehr Zeit verloren habe durch diesen Versuch mit dem Sprung, aber der wird auch verhindert. Ja. Na, wer hatte Angst um mich? Was tötete mich? Da ist die Kugel. Hilfe. Hilfe. Okay. Ja, ja, ja. Ab jetzt weiß ich, hinter jeder Ecke ist eine Kugel und deswegen war die dritte Kugel Kugel die letzte Kugel. Du darfst den Spieler nicht lernen lassen. Er soll nicht das Erlebnis haben, dass er denkt, dass er etwas gelernt hätte. Nein, 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 nein. Es geht nur darum, den Spieler zu frustrieren. Das ist das Ziel von diesem Level-Design. Und darum liebe ich dieses Spiel. Ja. 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 die tür rechts die tür rechts die tür ich glaube du siehst phantombilder nicht lang fackeln jetzt fühlt sich nach sterben an hier ist einfach nix aus dem hebel die tür die tür die tür da geht es hoch aber ich glaube da kommen wir her da geht es hoch oder kommen wir nicht her hier kommt das bodenruhigende geräusch her dann ist doch easy wir machen einfach den hier und dann passt das lasst mich raten wir müssen nicht nach oben sondern nach unten also ich kann doch versuchen nach hinten zu springen aber wir müssen glaube ich nach unten ach du scheiße ok warte warte nicht ich muss tiefer fallen und ich glaube es ist auch egal wo ich bin ich glaube es ist egal ob ich ganz rechts bin oder ganz links bin da oder nicht da aber man weiß es nicht so genau das hat aber nicht funktioniert wenn ich mich länger fallen lasse oder ich habe mich jetzt wieder eine sekunde zu lange fallen lassen jetzt hast du ihn zum hut ich sehe nichts so ein bisschen oh nein nicht die dinge die mag ich nicht die raffe ich nicht so richtig weil die so komisch geformt sind die sind nicht wie sägeblätter sondern die verletzen einen überall die sind eher wie die kugeln aber die sehen nicht aus wie die kugel ok ich soll da hinten links hin und ich muss jetzt loslaufen ach das ist noch einer Sind wir oben Da ist ein Schalter Oder so Jetzt geht die Tür da hinten auf Was ist hier? Man weiß es nicht Auf jeden Fall kommt man da nur rückwärts rein Oh, ist getimed Ich glaube, kann es sein Ne, kann nicht sein, oder? Ich wollte gerade sagen, solche Knöpfe sind immer getimed Aber ich glaube, ne, das stimmt nicht Uiuiui Was ist denn das jetzt hier für ein Hindernisparcours? Ist der Schatten die Hitbox? Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich ist der Hitbox größer Habe ich gespeichert? Ja, ich habe gespeichert Ich speicher nochmal Wir überprüfen erstmal die Schattentheorie Auch wenn ich glaube, dass sie falsch ist Oh, ne, Schatten ist Hitbox Oh, das ist gut Und dann an Rand Ja, dann ist easy Dann dauert es einfach nur Sagt der Und er wird sterben Das war schon gut Okay Ich glaube bestimmt wieder mit Timing oder so Ah, da ist noch ein Knopf Ah, ja Ja, da ist noch ein Knopf Das war schon Ja, da ist noch ein Knopf Ja, da ist noch ein Knopf Alter, Videospiele werden ja wie Kinofilme. Was ist da noch möglich, ist da überhaupt noch eine Steigerung drin oder sind wir auf einen technologischen Zenit? Das war der Zenit, meine Damen und Herren. Und weiter wird es nicht. Da ist ein Vorsprung. Oder hätte ich von da woanders hingemusst. Hätte ja von hier auch an die Seiten gekonnt. Vielleicht. Hier zum Beispiel. No Deathrun, nein das ist ein Deathrun. Darum bin ich ja auch so gut. Ich zeige euch ganz viele verschiedene geplante Tode. Damit ihr alle Todesanimationen zu Gesicht bekommt. Das wollte ich gar nicht, ich wollte einen Fackel. wo ich spinne. Okay, die muss man mit Anlauf nehmen. Das wollte ich euch eben kurz zeigen. Ach ja. Ich kann doch versuchen hier gerade auszuspringen. Ich kann doch die Spinne einfach töten, statt sie zu ignorieren. Okay. Was bringt es mir überhaupt bis da hinten hin zu kommen? Bringt es überhaupt irgendwas? Ich bin ein fucking Profi, Mann. Wie komme ich da hin? Soll das alles? Warum soll ich da hin? Ich werde auf jeden Fall vor diesem Sprung speichern, aber ich sehe nicht warum ich da überhaupt hin soll. Darum. Ohne Anlauf schafft man diesen Sprung übrigens auch nicht. Es ist wichtig, dass ihr hier bei allen Sprüngen den Anlauf mitnehmt. Ansonsten nicht so gut. Wo hätte ich mich hin retten sollen? Ich hätte mich wieder runter hängen lassen sollen, ne? Wahrscheinlich. Hier. Schräg? Ich weiß, das klingt ja ziemlich schräg. Aber ich glaube, das ist die richtige. Ich habe von Anfang an springen gedrückt. Weil, wenn man bei einem solch kurzen Anlauf springen drückt, springt sie von der letztmöglichen Kante ab. Es sei denn, diese Stelle sieht einen Sprung nicht vor. Dann ist man verloren. Weil ab dann ist es RNG. Oder man springt aus dem Stand. Hier muss man sehr schnell reagieren. Und auch beim zweiten Mal. Denn hier wird auch eine Kugel kommen. Wenn das Spiel fair wäre. Aber eigentlich würde es einem nur verarschen. Deswegen kommt jetzt erstmal eine ganze Weile wieder keine, bis man eine erwartet. Und dann ist es mal wieder unerwartet. Nein, bis man keine mehr erwartet. So wollte ich es sagen. Und da oben ist ein Vogel. Ich habe den Anlauf gecheckt. Hörst du auf mich zu triggern? Ich weiß ganz genau, wie der funktioniert. Ich weiß ganz genau, wie der funktioniert. Das ist ein Geheimnis. Da hoch. Für Kinderring wäre das kein Problem. Der weiß nicht, wie der Anlauf funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich werde heute Milchreis essen. Mit Erdbeermarmeladen. Da kommt man irgendwie anders hin. Moment. Wie kommt man da hin? Bist nur die Götter. Wir beschäftigen uns damit nicht und lassen dieses Geheimnis außer Acht. Stattdessen sterben wir noch einmal. Ja. Ja, okay. Wir gucken noch mal, ob das Trampolin der Schlüssel zum Sieg ist. Lauf. Wahrscheinlich schon, aber anders. Hm. Laufen. Nicht aus dem Stand laufen. Lauf mit Anlauf. Nee. Passt das überhaupt? Warte, wir müssen das mal checken, ob das passt. Ja, es passt gar nicht. Man muss an die Decke dölmern. Und Dölmert automatisch an die Decke. Das Trampolin müsste ein Feld weiter jetzt Richtung uns sein, von dieser Position aus. Hier sind zwei Boxen Platz. Was ist da? Und wo könnten wir noch auf diese Plattformen gelangen? Von da hinten irgendwo, eventuell, aber... Oder wir kommen da erst später hin, weil da hinten sind ja auch noch irgendwelche Aufgänge. Oder da waren wir schon, ne? Wir hätten da früher hingemusst. Oder später. Oder? Warte mal. Ich glaub der... Wir haben noch nicht den einen getriggert da, ne? Ja, ne. Von hier kommen wir da nicht hin. Auf gar keinen Fall. Muss dann von der anderen Seite aus gelingen. Irgendwie. Glaube ich. Oder? Ja. Hm. Früher oder später kommen wir da hin. Da ist auch noch ein Trampolin. Mit dem kommen wir da hin. Was. Unsere Arbeate. Was. Was. U-MAS. Du. 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 Oder. Ah, ja. Ich hab mich gerade, ich war, also das, also, äh, äh, keine Ahnung was passiert ist. Wer bin ich, wo bin ich? Da muss es lang. Konzentration. Ich sitze hier schon seit acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden, den ganzen Tag. Soll man sich da noch konzentrieren? Den Sprung schaff ich nicht, das ist zu hoch. Nur da lang und dann nach rechts. Ich kann mir richtig so vorstellen, wie Leute so, die haben so Testpersonen, die das Spiel spielen sollten. Und daneben waren dann so die Level-Designer und die machten sich so Notizen. Und wenn irgendjemand, genauso wie ich, dachte ich, okay, ich muss da lang. Und dann war, vorher waren da noch keine Stacheln, dann hat der Level-Designer sich eine Notiz gemacht, okay, wir bauen da noch Stacheln ein. Ach man. Das muss ich doch da hoch. Aber wie denn? So. So. Irgendwie. So, dass es aussieht, als wäre es ein Fehler und das soll nicht so. Ich traue hier gar nichts mehr, ne. So ein Gesicht da drauf, das kennt man kaum. Kann das Teufelshörner sein, ist das Böse, das Gesicht, das ist einfach nur Pixelbrei. Warte, ich kenne den Hotkey, Profis wie ich kennen die Hotkeys. Was? Da ist nur... Hier war ich schon mal. Warte, was hat sich geändert? Ich habe jetzt das Siegel des Drachen und dort unten lauert eine Miezekatze oder so. Ich glaube, ich bin tot. 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 Da kommt das Siegel rein. Wir erinnern uns. Wir müssen ihn reinstecken. Ich bin tot. 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 Und hiermit Ende. Tomb Raider 2. Ne, ich kann überhaupt diese Kiste verschieben. Und auch nicht. Die sieht so verschiebbar aus. Und die Decke kommt auf mich zu. Einer der Wände ist keine Wand, sondern was besseres. Zum Beispiel ein Schalter oder so. Speedrunner wie ich können auch zwei auf einmal schaffen. Speichern mal. Ah, guck mal. Einer der Texturen ist keine Textur, sondern ein Hebel. Auch wenn er verschwindet, wenn man sich ihm nähert. Und dann sammelt man in aller Ruhe das Medipack ein. Dann macht man den nächsten Hebel. Dann sucht man sich. Der hier fehlt noch. Und dann ist auf. Weil das waren drei Stück. Und wir alle wissen, drei ist die Vollständigkeit. Beherzig das Spiel auch immer. Nicht fünf. Gehen wir weg mit fünf. Raste aus, wenn das... Pfff. Okay, hier. Das sind zwölf. Ich weiß nicht, wie euch solche Flausen in den Kopf setzt. Geht's ins Wasser oder was? Vomit. 42, 42 ist auch der Raketenwerfer unter den Waffen. Die es so, als ob du mit dem Raketenwerfer auf Infanterie schießt. Das macht man nicht. Gehört nicht zum guten Ton. Oh. Warte. Da geht's lang. Ich hab nicht genug Luft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt alles richtig war. Oder ob wir gerade irgendein Geheimnis übersehen haben oder so. Hätte nämlich gut sein können. Warte, wo haben wir gespeichert? Ich glaub wir haben was übersehen. Es tut mir leid. Ich glaub wir haben was übersehen. Genau, wir können hier nach rechts, bevor wir den Hebel machen. Und hier liegt der goldene Drache. Ne, hier liegt ein Medipack. Und hier ist ein Hebel. Nein, nein, nein. Komm schon. Und hier ist ein Hebel. Das ist ein Hebel. Oh, nein. Ja, das war's. Ich kann natürlich noch weiter gegenhallen, aber das ist ja Quatsch. Ich glaube wir müssen ein bisschen nicht alles auf einmal machen. Hier können wir schon mal wieder Luft schnappen. Ist das vielleicht auch nicht so sinnvoll? Weil das so ein weiter Weg ist, bringt uns das überhaupt was? Ja, ein bisschen. Okay, so. Vielleicht lassen wir das Medikit auch liegen. Und die Frage ist, ob den linken Hebel mitbetätigen oder nicht. Ich glaube ja. So, das passt ganz gut, wenn ich den jetzt hier die Spülung mache. Vielleicht soll man die Spülung nicht machen. Wobei doch, das passt sehr gut vom Timing her. Ja. Wie soll wir hier lang? Eine Ahnung. Hier ist jedenfalls noch zu. Ich bin hier nicht an der Kante. Äh, was? Ach so, wahrscheinlich. Naja. Wir können da hoch, ne? Theoretisch. Dafür war, glaube ich, der hier. Warte. Äh. Hier ist neu auf, oder? Okay. Und jetzt den Hebel. Und jetzt den Hebel. Und jetzt können wir hier hoch. Ich glaube, das ist nur Bonus. Aha. Ja. Ist nur Loot. Okay. Aber ist auch gut. Schwärme nicht über Loot. Jetzt. Jetzt. Hier geht's hier lang. Äh. 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 Da ist was. Da ist aber auch ein Tierchen. Ich sehe es zwar nicht. Aber es ist tot. Okay. So Sachen einsammeln. Dann. Aha. Es ist rot und es tötet. Es ist rot und es ist rot und es ist rot. Wir haben einen Schlüssel und wer einen Schlüssel hat, der braucht ein Schlüsselloch. Wie wäre es denn mit diesem? Man soll zwar nicht immer das erste beste Schlüsselloch nehmen, aber man kann es ja mal versuchen. Wo war denn noch ein Schlüsselloch? Habe ich irgendwo gesagt, merkt euch dieses Loch? In einem großen Wasserfall war ein Loch. Bei der Leiter. Ah, ich glaube ich weiß, wo ihr meint. Stimmt, daneben war das Gitter. Also rechts war die Leiter, in der Mitte war das Schlüsselloch und links war hier. Das Gitter. Guck, die Farbe passt auch. Ja. Ja. Das ist unser Loch. Vorrangend. Ey, das Spiel ist so einfach. So und jetzt hier lang. Und hier sterben wir. Wann habe ich gespeichert? Ich habe mich verirrt. Ich sehe hier gar nichts. Warum habe ich keine Fackel an? Ja genau, ich suche gerade den Hebel, aber ich war zu unfähig. Wo bin ich? Wer bin ich? Wir haben den Schlüssel. Okay, dann ist ja easy. Was tust du hier? Ich ströme. Ich ströme mit den Wellen. In ein unbekanntes Land. Das Abenteuerland. Also komm mit mir auf die Reise und verlier den Verstand. So. Wir verlieren ihn. Wir verlieren ihn. Vielleicht ist er weiter oben oder so. Seht ihr ihn? Kann aber auch nicht. Da ist er! Ah! Ich habe ihn. Achso. Was tut der? Was tut der Hebel? Irgendwo ist was aufgegangen. Es muss irgendwo was aufgehen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. jetzt ist hier auf und jetzt ist dort auch auf. Sehr gut. Jetzt schwimmen wir nochmal zurück und holen das Medipack. Nein, mit der Harpune müssen wir sparsam sein. Weil wenn uns mal diese anderen Gegner, die auch Harpunen haben, unter Wasser begegnen, dann brauchen wir Munition für die Harpune. Ich kann damit jetzt nicht die Fische tönen. Ja, die Frage ist nur, wo raus? Kommen wir hier raus? Ja. Hallo Lara, entscheidest du dich vielleicht diese Fische zu tun? Ich denke nicht, wir müssen hier nochmal rein, wenn wir nicht zu dem anderen Schlüssel lochen müssen. Wir sollten speichern. Oh ja, die Spinnen. Aha. Da ist eine, die ist größer. Oh ja. Ich mag keine Horrorspiele. Oh Mann, das ist ekelhaft. Soll aufhören so zu sein. Oh Mann, das ist das. Ach man. Jetzt träume ich wieder von so Spinnen. Ich weiß das jetzt schon. Die meinen Mund krabbeln, während ich schlafe. Und Eier legen. Ja, das machen die nicht. Das ist ein Müff, glaube ich. Quatsch, die spüren ja auch Wärme und so und Atem und alles. Vielleicht machen sie es doch. Man weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Außerdem kann ich beruhiger schlafen, wenn ich denke, dass sie es nicht tun. Sie springt zu weit. Wenn sie zu weit springt, muss ich weniger weit springen und nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Und warum ist dieses der Spinn-Korkor am Pulsieren? Weißt du, in Tomb Raider 1 züchten sie Dämonen, in Tomb Raider 2 Riesenspinnen. Ich will wieder Dämonen. DAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAU Schon ein bisschen witzig, ja, ich find's ja auch witzig. War auch ganz schön ekelhaft. Hä, was ist meine Mission, soll ich dagegen schießen? Nee, da ist noch ein Spinn. Weiß nicht, auf diese Plattform, da in der Mitte, diese Säule. Und dann zur nächsten und dann da hinten hin. Leicht. Da ist auch noch ne Säule, oder sehe ich das falsch, da ist noch meine Säule. Und von dort nach da oben. Dieser Sprung ist zu weit. Also. Hey, der Milchreis heute wird so geil werden, ne? Oder mach ich doch die Spätzle? Entweder gibt's Spätzle mit Käsesauce, oder es gibt Milchreis mit Erdbeermarmelade. Oder beides. Stimmt, man kann den Milchreis auch gut als Nachtisch essen, ne? Da steht's da zwei bis drei Portionen, obwohl das schon ein bisschen viel dann. Beides ist doch ein bisschen viel. Oder ich esse das eine erst und das andere drei Stunden später. Das ist auf jeden Fall das Schlüssel. Ich hab aber auch kein Zimt im Haus. Aber hier haben wir im Studio Zimt, ich kann was mitnehmen. Aber ich würd's ja eh mit Marmelade, dann braucht man nicht mehr unbedingt Zimt. Ich probier das noch fünfmal und dann geb ich auf und mach's anders. Seht ihr, die Hartnäckigkeit macht sich bezahlt. So, jetzt schnappen, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt gehen wir zu dem Schlüsselloch und stecken ihn rein und drehen ihn um. Ich weiß nicht, wo ich bin, doch ich weiß es. aber noch nie transmisieren. und rein damit Da kommen wieder die Kugeln. Da müssen wir mal auf die Ecken springen, ne? Nee. Warte mal. Muss doch irgendwie, wiss? Dieses Hindernis können wir nicht überqueren. Damit endet Umwelder. Da kann ich mich nicht dranhängen, oder? Das ist doch nicht... Das ist doch hoch genug. Mit hängen geht glaube ich nicht. Ich muss hoch springen. Vielleicht Doppelsprung. Mit Anlauf. Pass mal auf. Mit Anlauf. Auf maximaler Anlauf durch die Diagonale. Nee. Hä? Nee. Soweit ich weiß geht... Das war... Ich habe Sprung gedrückt. Ich habe Sprung rechts gedrückt. Um so eine Seitwärtsrolle wieder nach rechts zu machen. Den hier habe ich gemacht. Aber in die andere Richtung. So. Wie habe ich das geschafft? Hälfte der Höhe. Bisschen nach links drehen. Wie? Bin ich durch Glück hochgeglitscht, oder was? Okay. Hälfte der Höhe. 45 Grad Winkel. Okay, wir springen aus dem Stand aus dem Zentrum. Ist das das Zentrum? Nein. Das ist das Zentrum. Vorwärts und dann seitwärts. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Vor einer Schräge kannst du nur... Also sobald du hier... Kannst du nur noch den... Also kannst du nur in die entgegengesetzte Richtung der Schräge quasi. Ich versuche mal an der Kante festzuhalten. Macht sie nicht. Also mit der Seitwärtsrolle macht sie es da nicht. Macht sie es hier? Ja, dann macht sie das auch nicht. Das geht nur... Vor einer Seitwärtsrolle kann sie sich nicht festhalten. Versuch nochmal so mit der Kante festhalten. Aha, also doch so. Man muss nur ein bisschen krasser sein. Krasser sein. Ich bin jetzt krass. War nicht krass genug. Krasser sein. Keine Ahnung. Oh, ich hab ihn zu spät gesehen. Er war... Es war dunkel. Aber er hat mich nur ein bisschen angebrochen. Er hat mich nicht zerbrochen. Was dich nicht krass macht, macht dich krasser. Angebrochen wie eine Tüte Chips. Ein Verbrechen. Man isst die ganz. Oder gar nicht. Sonst geht ihre Krossigkeit kaputt. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Entschuldige. Entschuldige. Max. Ah, wir speichern. An der Stelle. So. Ähm, 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 ähm. Ich weiß halt nicht. Ich glaube das Timing ist da sehr wichtig. Und hoch. Uiuiui. Vogel! Vogel gibt's auf den Teller! Aha. Dieser Bait eines Baits. Nein. Wir suggerieren nur, dass es dich umbringt. Du kannst es eigentlich einfach nur mal nehmen. Aber es bringt dich später um. Muni, wo? Muni. Geh jetzt nicht nochmal zurück. Es ist ja zu spät. Egal. Ich hab eh genug Munition. Äh, wo war das? Ich wickel dich zu einer Rolle mit Fett und verkauf dich als Döner. Geh jetzt mal los. Scheiße. Damit meine ich nicht dich, Andi. Schau, wir können da runter, glaub ich. Ach so, ja. Oh. Ich hab nicht aufgepasst. Begunde, ne? Moment, Moment, Moment. Wegen Zwischensequenzen, die kann man sonst nicht abgreifen. Aber es kommt keine mehr, weil die kommen nur zwischen den Welten und ich bin jetzt in einem Level und es ist egal. So, warte mal. Jetzt da hoch, ne. Wisst ihr, wo ich hin muss? Das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Zu der offenen Tür, das ist richtig. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, also wenn ich diesen Ort kannte, dann habe ich ihn vergessen. Das Spiel will aber, dass ich, also wenn das ein schlauer Aufbau ist, will das Spiel, dass ich hier hin will. Oder nicht schlau, aber dann ist das nur nach vorne schwimmen. Ist das hier? Ist die Tür aufgekommen? Nee, ich habe Lava gesehen. Hier ist keine Lava. Hier durch aber. Dann bin ich auch wieder bei den Spinnen. Ich bin hier falsch. Wo war denn Lava? Wo war denn Lava? Hier ist falsch. Hier habe ich keine Wahl, glaube ich. Ich kann hier auch hoch. Das wäre auch noch irgendwie naheliegend. Aber da war ich halt. Also ich war ja schon mal da. Hier ist auch Lava. Da muss ich hier hin. Das klingt nachvollziehbar, aber sicher bin ich nicht mehr nett. Ich habe was ausgelassen, meint ihr? Wo habe ich hier was ausgelassen? Da hinten, meint ihr? Das Problem ist, ich komme da nicht hin. Oder meint ihr vor dem Rad? Aber da komme ich sowieso nicht mehr hin, glaube ich. So, jetzt bin ich wieder vor dem Rad. Wo habe ich hier was ausgelassen? Ich glaube nicht, dass ich irgendwas ausgelassen habe. Ich komme jetzt nicht mit irgendeinem Secret, das interessiert mich doch jetzt nicht. Das da, ja, klar. Theoretisch da hinten, aber da komme ich doch nicht hin. Da komme ich nicht hin wegen einer Strömung. Ne, Tomb Raider ist gleich vorbei. Geil. Wenn ich das jetzt mal. Wenn ich das jetzt auch nicht hier schnell herausfinde. Ein paar Meter vorne noch. Was willst du von mir? Der blöde goldene Drache oder was? Ich habe doch gesagt, der ist mir egal. Ja, ich habe den gesehen. Da ist der blöde Drache. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Irgendwie. Hier ist nur noch Hektik. Soll ich Zukunfts-Murice drum kümmern? Genau. Von den Bringern halt auch gar nichts. Diese blöden Drachen. Wenn man sie einsammelt, ja, schön und gut. Vielleicht mir da fehlt es keinen ab. Ich versuche jetzt noch einmal zu gucken, ob das dort ist, wo ich denke. Und ansonsten machen wir jetzt Schluss. Ich fühle mich über das. Mal gucken Mal gucken Mal gucken Speichern? Nö Weil es könnte ja sein Dass das falsch ist Dass ich hier bin Das ist auch nicht schwierig Was ich hier mache Das dauert nur Ich kenn das ja alles schon Ja man Das kennt Ist alles easy Ich werde sowieso Jetzt nicht mehr sterben Wo war sie ja? Ich glaube ich bin schon dran vorbei Also ich glaube nicht Dass das hier ist Wo ist denn das? Wo ich hin muss? Okay Also es war natürlich Ein geplanter Tod Weil ich wusste Dass das hier was Wir am falschen Ort sind Das heißt Beim nächsten Mal Werden wir uns gucken Wo wir hin müssen Und dann Schauen wir mal 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 Vielen Dank.